Ich mache jetzt meinen Nachtlauf. Da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf, dass endlich mal Winter ist und dass ich im Schnee rumrennen darf. Also, jetzt einmal um Nürnchen herum. Ich bin mal gespannt, wie viel die Kamera noch nachts aufnimmt. Zum Beispiel dieser Läufer. Ja, der Radfahrer. Ich kann ihn einfach nicht einholen. Das ist auch schön. Das ist rockig in Eye of the Tiger. So, jetzt kommen wir auf die Felder. Die Felder sieht man nicht viel. Nur so. Und da hinten, da kommt Tachenhausen. Also, los geht's. Das ist der ultimative Test für unsere Halb-Alp-Tour. Hier hinten sieht man Stuttgart. Stuttgart und da sind die Sendeitzesau, die Kraftwerke. Und da hinten sehen wir Oberboingen und Nürnchen. Wenn ich schon jetzt einen schönen Tannenbaumhahn sehe. Jetzt laufen wir Richtung Autobahn. Oh! Oh! eigentlich vor dem rülf darf man da ich nicht hauen so vorbei, ein Mischhaufen. Der einzige Stern den man hier sieht, der einzige Stern den man hier sieht, ist der da oben. Und das ist kein Stern, sondern das ist, ihr darf mir sagen was, das ist hier oben, immer über Richtung Gräutlingen. Da sind sie. Das ist ein Reh. Schade, dahinter läuft es. Schade. Also ja klar. Gutes Licht, gell. Ja. Ja.